Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Motsalza, mit den Dosh, der Bichu, den Büfi, den Esther und den Zesh, mal wieder und meine Einer, den Zegurin. So, Gott war das grad cool. Was machst du da? Nein, ein bisschen zu sehr irre. No homo war das, ja? Ja, das klang auch schon nach Irren aus. Also, ja, wir haben jetzt eingeschaltet. Okay, ich bringe gleich alle um. Autsch. Bin runtergefallen. Wenn du echt brauchst, wir haben drin Pisten, ne, mit Äpfel und Scheiß. Seid ihr jemals offline? Das fragst du die? Mit dir reden nicht. Warte, 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 ich müsste jetzt mal stoppen. Ach komm schon. Guck mal, Stoppuhr starten, danke. Oh. Ja, da kommt davon dann nochmal klatschen. So, das, wir klatschen. Hallo Schaf, darf ich dich scheren? Nein. Ich bin so glücklich und hab die Schere weggepackt. Doch, wo wir später ins Haus sind und mit Schaf wird ja erstmal einen kleinen Paus bedauschert. Warte, ich hab eine Schere mitgenommen, weil ich dachte, unterwegs findest du immer ein paar Schafe, die du scheren kannst. Jetzt hab ich gerade meine Sachen weggepackt wieder in die Kiste und hab meine Schere da reingeschmissen. So muss das. So, finde den Fehler. Du bist auch in den Kopf gefallen. Ah, das war als Kind schon. Baby, haben die mich so oft in die Wand geschmissen. So, ich mach mir auf jeden Fall jetzt hier mal ein neues Feld. Erstmal leite ich das da und dann BAM! BAM! Kaput. Das Doofe ist nur, hier ist die Höhe 56. Das heißt, ich müsste mich jetzt eigentlich mal stumpf runtergraben, ne? Grabe ich mich mal stumpf runter... Ach komm, scheiß drauf. Grabe ich jetzt mal hier einfach in den Boden rein. Derzeit kann ich natürlich auch Eisen mitnehmen. So. Ich werde schon irgendwie einen Weg nach oben finden dann. Ich mach jetzt bei mir immer so ein bisschen weltmäßig was ran. Ach Mist, reparieren kann ich hier gar nicht, weil das geht nur mit auf der... Falls man gerade was bei mir gehört hat, das war gerade meine Mutter, die kurz in das Zimmer reinkam. Also. Ich kann hier unterwegs... Du konntest ja unterwegs noch mit irgendwo an der Tinkerpix reparieren. Äh, ja. Jetzt kann ich es nur noch an der Toolstation, ne? Ja, jetzt kann ich es nur noch an der Toolstation. Ich hab den Rotzauber auch nicht mitgenommen. So. Hab mich gerade erstmal stumpf da unten und bin in einem... WTF? Ich bin in einem Normal-Dungeon gelandet. Lol. Lol. Ey, hier ist Essence Ore. Ja, zum Thema Essence Ore habe ich gerade hier ein Essence Seed gefunden und den wollte ich dann jetzt mal anpflanzen. Essence Dust kam da raus. Oh, cool. Yes. So, ja. Ist das wert? Ich werde meinen hier den Dungeon, glaube ich, erforschen. Klammst schon Kohle und Redstone an. Ja, das kommt jetzt bei mir erstmal. Äh. Ich liebe diesen Mod. Der ist auch echt cool, muss man sagen. Noch mehr Büsche. Und, äh, Schienen. Da sind noch Blank-Bettern drin, ne? Können wir vielleicht mal kurz schlafen? Äh, geht schlecht. Ich bin unterwegs. Ich habe meinen Schlafsack immer dabei. Äh. Wir haben drei Betten. Oh, bald. Ah. Bei mir ist gerade das Problem. Ich habe gemerkt, dass ich gar kein... Geht bei dem Ding auch noch immer, man ist so tief unter der Erde, man muss nicht schlafen. Ich glaube, das war nur bei... Moment. Ich muss mal ganz schnell ein bisschen Kohle farmen. Wann gerade nicht? Kurz verstecken. Ja. Oh, das ist gerade versteck gerade. Hm. Ich muss mal eben ganz kurz. Was ist denn hier drin? Hey, cool. Rot. Ich glaube, ganz schnell gibt es gar keine Dermann. Ich habe langsam im Verdacht, dass es hier gar... Wieso gar keine Kohle gibt. Es sind nur zwei Kilometer hier unten durchgegraben. Die gibt es keine. Die ist halt selten. Bei mir ist ein Zombie. Das höre ich schon mal. Das ist gut. Finde ich nett. Schreit der auch schon nach Brains? What the... Moment. Bam, bam. Bam. What the fuck, du Kackvieh. Essenso. Oh, Essenso kann man nur mit einer Eisenpackage abbauen, ne? Ja. Gut. Machen wir es mal kurz nach oben. Alter, mir ist gerade ein Schwert kaputt gegangen. Ja, das ist nicht so gut. What the... Mama, lass mich mal rennen. Wer geht's jetzt? Hot Topic. Was? Das Achievement. Hot Topic. Ja, halt weiter, aber das kommt ja von der Schwertmann. So, wir haben schon mal vier Essenstast. Geh weg. Und direkt die Kohle gefunden. Geh weg. Danke. Ähm. Ich muss mir ganz kurz mal ein bisschen stecken. Wenn das möglich ist, so. Ich muss mal ein bisschen dicht machen. Und genau unter meinem Haus ist ein Riss. Ja? Ja. Jetzt kann ich wieder hier blocken. Sehr schön. Das kenne ich. Wenn ich in meiner Werkstatt den Fußboden wegreiße, bin ich auch in der Schlucht. Ich hab mir auch schon mal über... Ich hab mir auch schon mal über... Ich hab mir auch schon mal über... ... überlegt. Locky Disc. Vielleicht mach ich dann einfach mal eine Etage, wo ich dann einfach nur... ... dann beim Riss bin und dann einfach einen Glasboden drüber. Das würde auch... Schwarz, Zertus, Quarz. Quarz, Quarz. Oh, das brauchen wir mal ab hier, Alter. Ist ja cool. Würde es auf der Stimme gut aussehen, oder? Was meint ihr? Ja, was ähnliches sagte mir der mich auch schon. Oh, dann ist ein Zombie. Hat er mich gesehen? Weiß nicht. Frage ihm. Ich muss mal ganz kurz hier was dicht machen. So, ich mach mal bei mir einen kleinen Trick. Und zwar wünsche ich ja, dass die Essenzi jetzt schneller wachsen. Und ich mach mir da vielleicht mal eine Watering Can. Und ich hab eben, glaub ich, mein, das ist Bohnmiel aufgebraucht, oder? Ja. Kann man hier auch so einen Skeletonskeller machen? Och, Mann. Oh, Gott, da ist er doch. Hier komm ich mir so schnell zu einem Bohnmiel. Ja, hier hoch, über den Knochen. Danke. Der macht da Kogelstrom aus. Oh, hier sind ganz viele Zombies. Jetzt kommt die Musik von Minecraft. Genau. Dün, 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 dün. Kannst mich nicht treffen. Er hat eine Glowstone und Obsidian-Röste. Äh, Obsidian hier. Ähm. Was ist mir? Äh. Was ist mein Junge? Der hat den Kopf getoppt. Ehe. Da drin, in dem Haus. Da drin, in dem Haus. Da drin, in dem Haus. Ja. 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 Wie sieht das aus. Wie so ein Mini-Zammel? Kann man los. Nee. Da ist er. Und da haben wir auch ein Portal. Oh. Achso, ich bin gegen den Busch gesprungen. Ja? Ich blödhammel. Ja, du blödhammel. Das war's. Ja, das geht nicht mehr, wenn ich überhaupt ein Ender zurückkomme. Bitte? Problem einfach. Okay, man hat immer recht. Wir haben Never Feature. Magical Crops nehme ich mal mit. Wollen wir bestimmt immer gebrauchen. Was hast du gefunden? Eine Essence Ore, oder? Lapis Lazuli, nehmen wir auch mal mit. Äh, ja. Essence Ore. Und zwar kommt da raus, ja, die ist Essence Dust. Genau. Brauchst du Rüstung oder sowas? Weißte? Ach, kommt mir gerade das Gesicht. Hörst du deine Lapis Lazuli Rüstung? Ja, du hast mich geladen. Gut, jetzt ist es hier geladen. Ja, guck mal. Mal gucken, ich bin jetzt Höhe 23, also ich würde ganz gerne vielleicht mal auf Diamantil gehen wollen. Aber, dauernd geht's weiter. Ich würde auch gerne den Dungeon hier, also den Minenschacht hier. Hast du was bekommen in dein Inventar? So, lass mal schauen, ich bin hier lang gerannt. Oh, gut. Ist bei dir ja irgendwann ein Inventar gelandet. Ja. Ja, gut. Ich brauche irgendwie. Könnt ihr noch andere Sachen sagen? Boah. Ne Hose. Warte. Warte. Hinter mir. Uuuuuh. Der schießt ja. Warte, der schießt. Der schießt explodiert. Ah, Mama. Explodierende Pfeile hatte ich auch schon. Ja, halt mal. Hier. Oh, leck mich doch eigentlich. Das und das. Oh, okay. Oder ausgerüstet. Ein bisschen Schutz muss sein, ne? Ah ja, willst du wissen, wie man sperrbar hat? Sterb einfach. Sterb einfach. Hm? Sterb, doch. Oh, ich hab mal nen Hut gekriegt. Warte. Sechs, wenn ich Holz dabei habe. Du hast jetzt nicht ernsthaft wegen nem Hut gekriegt. Du musst irgendwas essen, ey. Ja, einfach. Mist, Alter. Ich hab nix was zu essen mit. Brauchst du ein Sticks? Brauchst du da hinten ja eigentlich. Ja, die Sticks schlägst du so hin. Hast du dir nicht grad welches reingepackt? Siehste? Ja. Ja, ich hab mir nichts reingepackt, aber ist schon auch gutter. Und dann kannst du einfach den Sperr nochmal reintun und dann vorne in den Schuss hat's zum Beispiel ne Steinsperr. Oder machen wir mal... Leck mich. Leck mich doch. Alter. Ungern. Ja. Was bist du eigentlich für n Vieh? Da ist ne Sperr. Kannst du rausnehmen. Geh weg. 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 Willst du auch ein Schild haben? Ja, guck. Jetzt sieht man das ja, dass es ausschließend ist. Warte. Alter, ich klicke grad wie bescheuert. Ich klicke hier. Ich hab hier tausende von Zombiiiiiiiis. Da ist ein Schild drin. Nicht sterben. Geh weg. Ich sterb mich. Ich sterb mich. Ja, dann kannst du das Schild auch noch ausrichten. Und wenn du Ehr drückst, dann hast du die Sachen in der Hand. Muschi, Alter. Oh, ist das drin. Mit Rechtsklick kannst du blocken, ne? Es hält nur ganz kurz. Deswegen muss es immer gut timen. Ich schätze mal, wenn wir dann bessere Rüstung haben, also bessere Schilder und so, dass es länger hält. Das braucht's. Ohhhh. Mir ist gerade einer abgegangen, Alter. Ich spür's dir. Was soll ich dazu sagen, Dongle? Nicht viel. Ja, mir fällt auch nicht dahin. Wow! Wo kommst du denn? Geh weg! Ich hab nur noch neun Schläge mit dem Schwert. Sehr wunderbar. Ich hab nur noch neun Schläge mit dem Schwert. Der Grundaufbau von meinem Haus ist schon ne Pferde. Hast du die Axt? Das ist schon Pferde, oder was? Äh, der Grundaufbau. Ja, wie die Scheiße. Achja, hier in der Kiste sind Äpfel und äh, hier diese Blueberry-Cheers, weil du brauchst, ne? Du? Also ganz hier, ganz am Ende. Links, äh, ja. Muss man ganz kurz mal eine Chest machen. Muss man nämlich ne neue Waffe craften. Das war mein Eisenschwert. Was ist das denn eigentlich? Das ist ne Heat-Generator. Da hattest du die ganzen Maschinen, was ihr baut, ne? Theoretisch könnt ihr da oben eure Maschinen aufstellen. Ja. Mein Problem einfach nur ist. Mein Problem einfach nur ist. Was meinst? Ich hab nichts davon zu essen. Irgendwo noch Gravel. Hier drinnen war Brot, genau. Wir nehmen das Brot mit. Hier ist noch 7 Redstone. Irgendwas Interessantes? Nein. Ein Kaffee Chess vielleicht, aber... Wenn du Gravel findest oder so, bringt das auch mal mit. Ja. Also entweder bin ich gerade blöd oder blind. Blöd. Ich wusste, dass das von dir jetzt kam. Ich wusste, dass das von dir jetzt kam. Puh. Oh, super. Das erinnert mich jetzt an meinen alten Kamera. Du kannst dann in diesem Inventar auch einen Bogen ausrichten. Und dann kannst du hier einfach, wenn du im Kampfmodus spielst, von Bogen und zur Waffe wechseln. So. Also mehr Platz. Jut, jut. Mein Problem ist gerade, ich habe keine Fackeln mehr. Kein Essen mehr. Und das Schlimmste eigentlich ist, ich habe kein Essen mehr. Geil. Ich habe gerade den Kopf abgeschlagen. Dir? Nein, den Zombie. Ich wollte schon gerade sagen. Das wäre ein bisschen sehr doof. Ich lege hier gerade rum. Jaaaa. Komm her, Zombie. Hier! Schmeiß mal das mal hier rein. Jetzt auch ein Eisenschwert hier. Damit kämpfe ich jetzt auch mal. Sehr schön, Zombie-Gehirne. Was hast du, einen Löffel? Du haust mich mit einem Löffel. Was ist das denn? Ach, mach du jetzt Pulver draus, oder was? Ne, du bist so. Lass mal irgendwas geiles droppen. Wir wieder auf das Spiel. Was geil ist. Drop was geil ist. Drop. Gibt es das die Rezepte? Welche Rezepte? Die Rezepte wurden nichts verändert. Die werden wahrscheinlich anders sein als in dem vorigen. Wenn ihr den Haustasten drauf klickt, dann kriegt ihr sie. Dann macht ihr das Spiel zu. Ja. So. Achso, das ist ein bisschen buggy. Kein U drücken und so. Genau. Kein U drücken oder die rechte Maustaste. Das ist beides momentan Teufelswerk. Drehen hier alle durch hier. Ich komme mir grad richtig klar in dieser Höhle. Alter, ich schwörst dir. Ich höre die ganze Zeit die Zombies und ich will eigentlich hier nur raus. Aber eigentlich auch tiefer gehen. Du hast keine Essung in der Wackeln mehr. Boah. Stepp einfach. Da habe ich schon wieder so ein Zombie entgegen. Der Raum ist groß genug. Ja komm her. Du auch noch. Alter, du hast irgendeine fette Rüstung, Alter. Nee, weg da. Alter, wo kommt ihr denn alle her, meine Fresse? Ah, der hängt da oben in den Dings fest. Noccia, du stirbst. Bestimmt doch geben uns Bonner in der Nähe. Nee, ist einfach nicht ausgeleuchtet. Das ist das Problem. Jetzt habe ich keine Wackeln mehr. Egal. Ich habe auf jeden Fall deine Hose gedroppt. Will ich jetzt haben. Nehmen wir mal deine Stahlhose. Alter, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. What the fuck. Bam. Ich muss noch richtig an die ganzen Texturen von den Ärzten gewöhnen. Facehugger habe ich freigeschaltet. Das ist cool. So, einmal die Moskete nachladen. Wie lange mache ich die schon auf? Äh, 16 Minuten ungefähr. Ah, okay. Geht ja noch. Ja, und das geht noch. Hier ist Gold schon mal. Das farm ich schon mal weg. Hier ist Lava. Und hier ist wieder Kohle. Das heißt, ich kann mich nicht verkehren machen. Endlich. Ich habe genug für einen Rucksack. Yay. Ja, nur noch 233 Caven, ey. Ach, Silber. Oh, hallo Lava. Kann ich dich abbauen? Mach mal die Lava noch hin, sagt. Hat die Lava aber nicht zu sagen. Der ist abgebaut. Leck. Eisen nehmen wir auch mal mit. Irgendwas ist hier gerade gestorben. Oh, das ist schön, so ein Rucksack. Malachidohr. Ein Zombie steht in uns im Haus. Achja? Ja. Bin ich ausgeleuchtet. Da habt ihr ein Zombie im Haus. Ist doch voll doof. Ich habe ein Schwert gefunden. Will ich einer haben? Lappisch-Lazulisch-Schwert. Nehm ich gerne. Ich habe mir einen Zombie gegeben. Mist, ich hätte mir einen Rucksack mitnehmen sollen. Aber jetzt kriege ich die Tür nicht auf. Was brauche ich denn nicht? Ja, hier. Das nehmen wir mal weg da. Mach mal die Tür auf, bitte. Ach, hier ist ein Spawner. Wo ist noch ein Zombie? Ach, hier. Ja, wir haben hier oben das Dach noch nicht zugemacht. Beziehungsweise ich. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch ein paar Sachen reinspringen. Ich glaube ich spinnen. Es ist hier drinne, in der Auge, Iridium. Oh, Alter. Ich werde dann das nächste hier das Dach mal zumachen. Lass mich mal mit. War alles klar, was sieht die Rolle hier? Du hast nicht ernsthaft schon Iridium gefunden? Hey, wer wollte das Schwert? Ich hab auch schon drei gefunden. Ich hab auch schon drei gefunden. Ach, ihr seid doch doof. Was will ich damit? Hier, den Scheiß, weil die Oma hier in Limestone kann auch weg. Tracks, scheiß auch Tracks gerade. Braucht keine Sau. Oh, ich hab da nix zu essen mit, ne? Aber ich hab hier Rotten Flash. Warum esse ich das nicht? Na ja. Ich muss so auflernen. ja dann mal eine frage an euch zu handbag raushauen oder schreibst einfach in die kommentare aber so wie ich meine zuschauer kennt werde ich eh keinen kommentar bekommen ach quatsch bist du aber voll fiese denn zuschauer nö das ist einfach so realitätswissen hab schon zu oft ein bisschen schade wo ich das sogar teilweise richtig gerne machen würde die ganzen kommentare lesen er macht alles was in den kommentaren steht los meldet euch das hat er gesagt vergiss es nein auch nicht schade hätte ja klappen können was nein natürlich heißt ja nein ist gar nicht mitzugeben was soll das jetzt zu sagen wichu nur der fortschritt des kanals ist wichtig mehr nicht ich bin ich immer noch sauer ich bin unschuldig ich mach das wieder gut wie schuhe glaube ich nicht doch glaube ich ja mal wieder wie beide wie nett die beiden wieder zueinander sind vielleicht würde man sagen du hast verkackt er hat dick und fett gesagt er kommt an wasser meint vielleicht ja nicht nur ne weiß ja egal ich sag lieber nicht das hat er jetzt gesagt wenn ich nämlich keinen kopf kürzer also eisen habe ich auf jeden fall jetzt schon mal genug gefunden suche aber immer noch jemanden schnauze-zombie frage ist nur wo ich gehe ich könnte hier mal runter gehen ne löffle ich mal das alles weg hier naja hier ist wollte er vielleicht schlafen gehen oh was hat papa gefunden weiß ich nicht was wer diamant das war so cool ich bin immer noch hier am keine ahnung wie aus der werbung am arsch der wendt ich spring da jetzt mal rauf kompliment an die macher dieser werbung sie begeistert immer wieder ich bin jetzt einfach mal runter gesprungen auf ebene 15 in so einer schluchtspalte schluchtspalte dings kürzen ja und hier ist irgendwie laba und wasser ebene ich kann nicht mehr abbauen 24 wenn man das schlecht schon wieder mal achten doch aber auch schon wieder voll äh ne also jetzt wo ich mal lang gehen könnte weil hier unten gibt es gerade irgendwie sag mal du kamelwasser lass mich mal hier vorbei manchmal gehen die strömungen mir echt auf den sack ne ja also eins muss man jetzt mal sagen jetzt warte mal alles gut alter da kam kripper von oben runter und hat gezischt ey die dumme sau ja man hat mitbekommen dass du dich geschrocken hast glück ist das wasser hier gewesen aber eins muss man nicht mal sagen jetzt wo die vanilla erze auch an der käre generiert werden findet man auch endlich mal ein bisschen eisen ja endlich was denn ähm bevor das gehabt hätte wurde wurden doch keine vanilla erze generiert also kein eisen wurde gemacht ja irgendwas war da buggy gewesen das war natürlich auch total episch mhm tut mir zwar leid für wie schul dass sie der unglücksbote war aber mir wollte ja keiner glauben dass ich kein eisen finde also wir haben genug eisen ich hatte es ja sogar echt erst die befürchtung gehabt dass der fein der herr siegurin dazu umgeändert hat dass wirklich nur noch von gregtig diese small erze entstehen ne gregtig habe ich ja runter gehauen ja ja zum glück also teilweise geht er mal echt auf die nerven wird auch in zukunft glaube ich raus bleiben also diejenigen die es rein haben wollen werde ich es reinpacken natürlich deaktiviert und dann können die anderen sich das halt aktivieren das wir hier ein bisschen wird irgendwer sagt mir ich sollte wieder zurückgehen was solltest du wieder ich sollte wieder zurückgehen ich bin grad auf ein bisschen lava gestoßen echt ja ich auch die war lezent heiß Bibi joint the game willkommen zurück Bibi so ich arbeite gerade dran das ist schon mal abgesichert hier mal gucken dass wir das wasser hier auch gleich mal abgestellt bekommen so so und so also ich muss eigentlich mal sagen irgend wird schon ein paar maritini ich hab da jetzt mal die erste mal wenn ich da aufnehme habe ich so 30 fps hier volle 60 4 mhm wir sind besser aluminium ore und iron nehmen wir auch wieder mit Ebene 13 wenn wir noch 18 abbauen und so ein ne weiss schon was ich sagen wollte ok ok auf der höhe sollte man nicht stumpf nach unten graben das ist eine schlechte idee ne wirklich naja Bischow hat da ja schon Erfahrung mit ne ich hab mit sämtlichen Todesarten Erfahrung sehr lucky box redstone baby ich hab redstone gefunden endlich 15 immer noch keine diamanten keine keine die ich bin eine normale Welt zum Farmen da gibt es wenigstens diamanten und das hast ja wirklich das ist noch eine meine world ne ja vom Dings ja du musst noch mal gucken ab Ebene 15 kommen diamanten ne ich bin Ebene 11 jaa hast schon diamanten gefunden nein siehste ich hab schon vor 3km gänge gegraben 14 kann ich noch ab morgen also ich bin einmal runter gegangen und hab 5 Dias gefunden es gibt redstone es gibt kräuter es gibt irgendwie keine diamanten oh ich bin idiot da ist doch noch die eine Höhle wo ich hätte da reingehen können oh man in der normalen Welt gibt es welche äh so 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 na dann machen wir hier und äh da so bei der unten ist nämlich noch redstone da denn da denn da denn da denn da denn so ja meine Spitzhacke ist gleich kaputt weil 12 kann ich noch abbauen aber redstone dann könnte ich nämlich dann nehme ich die Spitzhacke upgraden ach du ach du ach doch ach doch was denn hier ist so ein grüner hat dich liebfreund oh der ist so cool der ist so cool ja mit einem coolen Hut ist klar ich red mich grad drüber auf und jetzt finde ich diamanten ja kannst du mal sehen ok abgebaut so ein Mist dann findet ihr überhaupt keine diamanten ja wachen wir mal denn jetzt Mist ich hab schon so ein Stack zusammen hm komm jetzt noch welche wo wir wieder aufgeregt haben alles auf dieses ähm so essence nehme ich auch nochmal ein bisschen mit von Magical Crops mhm und ich kann mir jetzt auch da ich jetzt einen Knochen bekommen habe vom Skelett kann ich ja nicht mal die Gießkanne machen echt? mhm hast du eine Gießkanne? hab ich schon eine geile Gießkanne ne? supergeil super sexy ah die Werbung ist auch so genial so mal gucken hier ist Lava auch wieder geil let's play von Doschen und Sigurin erst mal über Werbung sprechen ja so jetzt gieße ich mal hier schön den Essenz-Crop weil die Gießkanne als ein Faktor das Pflanzen und Mist ist das ja nicht stinkhaft ich glaub die Umgebung die gegossen wird da werden die Ticks erhöht so war das doch oder? bei bei der Gießkanne da war das doch so und dass die Umgebung wo gegossen wird dass halt die Ticks erhöht werden ne? aber ja ich hab grad noch Blume bekommen komm schon noch ein bisschen noch was ja jawoll hab ich das oh Mist sensdust hab ich auch schon voll äh Ember brauch ich noch nicht weg damit also das Ding hier wird auch wie ne Schreibmaschine was soll das sein? wichu wirst du mir wieder freuen wenn ich dir ne weiße Tulpe gebe? nein verdammt willst du sie trotzdem? nein verdammt erstmal kaputt gemacht erstmal kaputt gemacht ich wollte noch ein bisschen äh laber mitnehmen fällt mir gerade ein wie kann ich denn die Aktion wieder gut machen? gar nicht bist du sicher? ja wirks für den Rest des Lebens wirks für den Rest des Lebens aber irgendwo hier noch was was ist wenn ich ganz lieb gucke und sage es tut mir leid sicher nicht sicher nicht ha der war gut ne Mist Mist so ja Doshi wie sieht man dir eigentlich aus? ja ich bin soweit eigentlich durch mit dem was ich heute machen wollte und du? bin ich auch grad soweit ah so ja möchtest du die Absage machen? ja ich würde sagen danke dass er zugeguckt hat dann schaut er auch nochmal beim Sigurin vorbei ja dann würde sich sehr lieber freuen ja schreibt dann aber bitte beim Sigurin runter dass die Wischu wieder brav sein soll ja das macht es echt nicht besser ich will sagen nur dass es wieder in Ordnung ist wie ein Hund die ist nicht in Ordnung du machst das echt noch schneller besser mit mir auf jeden Fall dann wie gesagt danke für das Zuschauen schaut bei Sigurin vorbei schaut bei mir vorbei und ich würde sagen bis zum nächsten Mal Tschöö 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 Tschöö